Herzlich Willkommen zu Cleaning Red Will. Mein Männchen ist ja ein bisschen besser eingestellt, aber immer noch nicht perfekt. Ich versuche es, wenn ich wieder frei habe, das nochmal zu machen. Und jetzt spielen wir aber schnell eine Runde Cleaning Red Will, was auch immer das bedeutet. Ich habe das Spiel von H.I.O. und es ist kostenlos oder man nennt es seinen Preis. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es ging um eine Stadt, die man halt sauber halten soll und irgendwas passiert dort natürlich. Und es soll um die 20 Minuten gehen. Ich hatte 1976 und ihr wisst, ich brauche immer länger, weil ich mir aber auch das Spiel angucke. Ich kann nicht sprengen. Das ist... Ich kann nicht crouchen, aber ich kann rennen. Oh. Right click to put them down. Okay. Kann ich... Oh. Ich muss das gleich hier reinpacken. Put... Ah. Hä? Okay, erst mal gucken, wo der ganze Kram hinkommt. Und noch vier Tüten. Kann ich fahren? Ja, aber noch nicht. Okay. Ähm. Ach so. Okay. So eine... So eine Tonne direkt vor der Nase hier. Hä? Okay. Ja, ich... So eine Tonne direkt vor der Nase hier reinwerfen. Noch vier Beutel übrig. Nicht die eigentlich hier reinwerfen. Nein. Komm. Oh. Hä? Ah, okay. 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 So. Habe ich vielleicht eine Taschenlampe? Nee, kann ich eh nicht lang. Ach so, nur noch diese eine. Okay. Okay. Wird doch hinlaufen. War da was? Egal, wir fahren dann mal. Oh. Ein Bäumchen. Ui. Ui. War da was? Okay. Ah. Ah. Die. Ui. Ah. Oh, schauen wir den Linksgubber. Slow down. Okay, okay. Okay. So it down. ich kann nicht okay okay ja 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 welcome to red will ach so das war quasi nur mein tutorial wo ich schon zu blöd war wieder links herum könnte mir die kurven vielleicht nicht ganz so machen okay jetzt auf daran zu hängen okay wird mir gesagt wo ich anhalten muss das ist ein hydranten was also ich glaube es eine verlassene stadt sein das macht sie ach guck mal ich möchte möchte hier nicht aber ich habe keine wahl okay die müllton auch wirklich von der richtigen seite nehmen ich habe das jetzt noch so laut okay ihre tonne ist fertig also ich muss ja bestimmt wieder erst drücken das ist da ein beutel ich glaube ja okay die musik aus dem radio wieder zurück noch zwei bäckstücken ok weiß ich habe ein übersehen ist das ein brief umschlag für mich ich ignoriere den ekelhaften geruch okay ja das hat müll so an sich dann kann ich wieder ein bisschen radio hören das hat die stimmung so ein bisschen aufgelockert was war das okay so ein komischer motor startet und dann gleite ich und während der fahr kann ich raus springen ich zwei beutel auf einmal nehmen tüten ich bin ich hier gerade dran hängen geblieben okay 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 natürlich ist das nur ketchup mit mittel kann ich nicht rennen hier können sie selber ihre tonne wiederholen na gut ich brauche jetzt hierhin hätte ich machen können ja kann ich mein stimmt kommt dir trotzdem irgendwas rausgefallen nein okay okay das ist ein brief umschlag für mich diese also diese schilder waren nicht immer hier slowdown ja das habe ich nicht gesehen tatsächlich das da nein da war nichts nein 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 ah hier spontan noch ein säckchen erschienen es wäre ja kein job für mich mehr also respekt wer das machte ohne euch würden wir im dreck versinken denn hallo 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 ok Okay, hier. Noch was? Okay, hier. Nein. Es klingt wie ein Wagen, der absäuft. Oh, da ist eine Tonne. Was ist das? Ja. Die Ninja-Törtles sind auch hier. Ich muss erst den blöden Zack jetzt hier wieder halt machen. Noch sechs? What? Die sind doch nicht alle hier drin, oder? Ah, ich bin eine schlechte Müllfrau. Was ist die weibliche Form von Müllmann? Sagt man überhaupt noch Müllmann? Bestimmt nicht. Ich glaube, ich habe noch nie einen weiblichen Müllmann gesehen. Weiblichen, also eine Müllfrau. Ach so, okay. Dürfen Frauen den machen? Vielleicht gibt es da ja eine Regelung. Von der keiner so öffentlich weiß. War da noch ein Brief eben? Eigentlich? Habe ich da nicht da hinten irgendwo einen? Tja. Where they hiding from? Haben sie sich vor irgendwas versteckt? Nein. Das ist einfach nur eine verlassene Stadt. Die gibt es ja. Einfach sind aus Gründen. Was? Habe ich mir irgendwas übersehen? Jetzt habe ich ja auch noch eine Katze vor der Tür stehen, die hier rumschreit. Wieso macht der das immer über Horrorgames? Haben sie sich für irgendwas versteckt? Ja, das haben wir auch gerade. Wieso ist das Schild so schief? Waren die anderen auch schief? Das sieht so nach Reingehen aus, aber nein. Jetzt habe ich eine Ohrwurm von den Ninja-Tuttles. Toll. Oh, hier nicht drauf hier rum. Oh, hier nicht drauf. Bis zum nächsten Mal. Genau diese Katze sitzt hier gerade vor der Tür. Und, oh Gott. Okay. Ich war nur eine Katze. Ich war nur eine Katze. Ich habe schlimmere Spiele gespielt. Bei dieser Katze. So, wie viel noch? Zwei. Einen habe ich da drin. Da. Wer? Wer? Nein. Nein. Ah. Ich sehe da ein Briefchen für mich. Das ist das Rathaus. Du bist gut darin. Ja, danke. Wie klein sind wir? Nein. 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 War das mein Kopfhörer? Oder war da was? Will ich mir? Ich glaube, ich bilde mir Sachen ein. Was ist das da über dem Roten hier dran? Was ist das? Was ist das? Wer ist das? Ihr seht es auch. Oder? Ich habe noch drei Tüten. Ich habe noch drei Tüten. Ich steige in meinen Truck hier. Ich muss erst hier. Oh. Wo ist das? Wo ist es hin? Was? Ja, es war klar, dass ich genau da nichts sehe. Das war doch keine Parkuhr. Kannst du jetzt bitte mal hier. Ich hänge fest. Wieso hänge ich fest? Da stand doch eben was. Das ist doch nicht. Das war doch nicht das. Nie im Leben. Ach so, ich hänge hier an dieser Laterne. Hallo. Ach so, es ist tatsächlich mein Headset, weil ich mit dem Headset gegen das Mikro komme. Hallo. Gut. Du bist gut darin, ein Geheimnis zu bewahren. Ich bringe hier nur den Müll weg. Gibt es keine Geheimnisse? Hm, ganz normal. Stadtwerke haben Probleme, was passiert. Wenn die Stadt verlassen ist, wer zahlt denn auch die Rechnung? Ah, mein Wagen hat ja Licht. Kein Problem. Ja, ist auch nur noch ein Beutel. Nur noch durch. Oder was? Gott. Nein, nicht schon wieder näher, der blöde Latjan hängenbleibt. Na, ja, komm, war da. So. Deine Freunde und Familie belügen. Ich habe keinen Belügen. Ich mag Lügen nicht. Es ist immer einfacher, bei der Wahrheit zu bleiben. Weil da muss man nicht überlegen, was man erzählt hat. Es ist viel zu anstrengend. Ist doch nichts gewesen, oder? Zwei. Wo sollen die sein? Da ist was, ne? Ja, ich bin jetzt nicht von der Feuerwehr oder so. Ich weiß nicht, wie man das abgesteckt kriegt. Oh, hier geht ja alles kaputt. Kein Wunder, dass hier keiner mehr lebt. Strom geht nicht, Wasser läuft aus. Komische Parkuhren. Guck mal, ich bin jetzt bei um die 20 Minuten und ich habe es immer noch nicht geschafft. Weil ich immer irgendwie länger für eine Sache brauche. Da ist ein Briefchen. Wir alle kennen dein Geheimnis. Warum bleibt dieses Geräusch? Ich habe kein Geheimnis. Also nicht, dass ich wüsste. War so spontan. Okay, das Geräusch ist wieder weg, ne? Ah, das war's. Also. Der Ketchup. Ich wusste, der ist böse. Ne, nicht wirklich rein. Ketchup. Böser Ketchup. Ich seh nix. Slow down. Ah, okay. Da, 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 da. Living in a Eye. Du lebst eine Lüge. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Die blöden Tore hier. Hä? Vier? Wie vier? Drei? Hat irgendjemand seine Mülltonne nicht rausgefahren? Habe ich eine Mülltonne mal sehen? Ah. Kann ich hier rein? Nein. Ist das aber? Bin ich dran vorbeigefahren. Schnell da rein. Hier drin fühl ich mich sicherer. Auch wenn, also mein Ketchup fährt mit mir. Oh, hier ist ja was zu tun. Wenn ich bald mal durch. Was ist denn diese Stadt? Nein. Mach keinen Scheiß. Hier, bitteschön, ihre Tonne. Nein. Mach keinen Scheiß. Die nehme ich nicht mit. Ich sehe jetzt schon, die ist nicht ordnungsgemäß gefüllt. Da klebe ich jetzt so einen orangenen Zettel dran. Den können die selber beim Betriebshof entsorgen gehen und dafür Geld zahlen. So geht das nicht. Okay. Okay. Fahr mal. Ah? Wie? Kann ich tatsächlich weiter? Ich gucke sie mir auch mal an. Na? Die ist im Boden verschwunden. You better hurry. It's getting red here. Du beeilst dich besser. Es wird hier langsam rot. Okay. Nein, ich will da hängen bleiben. Was hin? Sen? Oh. Ich. Es wird rot. Ich sehe keine Müllsäcke. Ich sehe keine Mülltonne. Ich muss bestimmt jetzt so fahren, 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 oder? Hier ist so kein Job. Hier passiert nichts. Slow down. Ah. Dieser aggressiven Straßenlatern. Okay. Hier ist wieder gut, ja? We won't hurt you. We need you. Wir wollen dir nicht bieten. Wir brauchen dich. Na ja. Gut zu wissen. Wenn ihr mir aber einen halben Herzinfarkt hier einjagt. Weiß ich nicht, ob ihr mich dann noch gebrauchen könnt. Was? Was ist hier los? Ach so. Okay. Also wenn, würde ich, glaube ich, am liebsten den Plastikmüll abholen gehen, weil da ist es immer hell, wenn die kommen. Zumindest hier. Und der mieft vielleicht nicht so. Ich kann gehen mit diesem V-Tuber-Männchen auch nicht verstecken, weil es macht ja... Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Wer denn? Nichts gesehen? Aber da gibt es keine Gerüchte. Wir haben mehrere Leute umgebracht. Ich finde dieses Geräusch, wenn sich das auflöst, gruselig. So, wir spielen jetzt eine halbe Stunde. Komm, so ein lahm Arsch, ich bin jetzt auch wieder nicht. Hä, links, rechts, links, rechts. Wir sind im Wald, wir haben die Stadt doch durch. Stadt ist fett, was hier? Das einfach zu. Was hat denn der Müllmann damit zu tun, weil da irgendwelche Leute umgebracht wurden? Goodbye, goodbye, ja. Ja, 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 ja. Goodbye, Red Will, goodbye. Ja, war es sehr schön bei euch. Ich mache Feierabend, ne? Tschüss. Oh, oh, oh. Warum? Hä? Und ich denke immer noch, okay, ich kann hier nicht aussteigen. Ja, dann fahren wir jetzt mal nach Hause. Okay. In dieser... Na, ha, 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 ha. Ist das mal in einer Back, ja? In dieser blöden Kackstadt, ja? Ist nichts passiert. Aber jetzt hier draußen und können wir ihn nicht retten. But it's time to face your real job. Aber es ist Zeit, dich deinem wahren Job zu stellen. Nein, also so ein Müllmann möchte ich nicht werden, dass da... Also, ich kann es auch nicht mal in Kaugummi-Clown schicken. Da werde ich viel zu nervös. Und, äh... Da würde ich ja durchdrehen. Ich könnte ja nicht mehr schlafen. Ja, war nur ein Reh, ne? Das heißt nur, auch das wäre furchtbar. Soll ich mal auf meiner Stufe... Ah. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das wäre ein Krematorium. Okay. Ja. Also, falls es das jetzt war, was ich denke, wegen der Zeit. Und, äh, ja, war ein interessantes Spiel für kostenlos oder für ein paar Cent, Dollar. Nicht schlecht. Mich hat die Katze echt, echt drangekriegt. Und, ähm, ja, ich fand sie schlecht. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.